Hehehehehehe Hey hohe Leute und willkommen zu Splatoon! Eurgh! Ähm, ja das ist der Story-Modus... Eurgh! Ähm, ja beim Story-Modus wollten wir weitermachen und jetzt wo geht's zum Story-Modus? Ich hab da keine Ahnung! Ach, vielleicht bei diesem alten Hirn da. Gehen wir mal rein. Bam! Natürlich weiß ich, dass da der Story-Modus ist. Erster Part vom Story-Modus. N-n-die, die, die, unk, unk, die Oktarianer kommen! Huaaaaaah! Entschuldige, da ist mir wohl das Steuerrad durchgegangen. Eeeh! Ich bin Captain Kuttelfisch! Aquamarine Captain! A-D! 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 Ah, ich vergesse. Die Störung ist ganz schön komisch. Da ist noch ein Versteck. Okay. Dann hole ich mir wieder Tinte. Ich habe gedacht, ich kann so weit schießen. Ähm, dein Ernst? Der erlaubt es mir nicht, dass ich so weit schieße. Na gut, dann... Naja. Dann gehen wir einfach mal voran, würde ich sagen. Das Versteck der Okto-Rekruten. Okay. I am going to do this. Like nobody can do it. Jetzt bin ich ein Grüner. Der ist Versteck der Okto-Rekruten. Okay. Yeah. Ich verlass mich auf dich, Nummer 3. Okay, mach das. Yeah, komm her. Zed er und verpass ihn ein paar. Zed er, mach ich doch. Bam. Oh Mann, ich vergesse immer, dass ich auch so lenken muss. Hi. Und zack. Damit hätte ich jetzt nicht gedacht, ja? Hey, das sind noch meine alten Augen, dass sie noch sehen dürfen, okay? Was meint er mit alten Augen? Okay, irgendwie komme ich mit der Steuerung noch nicht klar. Wer hätte das gedacht? Checkpoint. Abwisch dich. Bam, du bist eingefärbt. Und zum nächsten Checkpoint. Hm. Eine gute Deckung ist die halbe Miete. Gut, dann decke ich mal mich mit Dingern ein. Hi. Ach, Minion. Uh, he's dead. Hi. Du bist der Nächste. Okay. Uh, that was nice. Hey, cool. Ich bin eigentlich richtig gut mit dem Spiel. Wenn ich mal schneller vorankommen würde. Hi. Zack, 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 zack. Ah, mit R eine Bombe muss ich werfen. Und greife ihn dann von hinten an. Okay. Warum muss ich eine Bombe werfen? Bam. Das hat's ja genitzt. Zu wenig Tinte. Ach so, das ist eine Tintenbombe. Ach so, damit ich da schneller rankomme und dann so mache. Hi. That's right. That's right. Ja, ich treff' dich. Früher oder später treff' ich dich. Ach komm. Willst du mich verarschen? Ach. Zack. Hättest du wohl gerne. Bam. Ähm, okay. Verstecken. Verstecken. Und zack. Wieder Bombe schmeißen. Und von hinten angreifen. Nicer, dicer. Nicer, dicer. Es geht, es geht. Also ich hab gedacht, es wird ein bisschen schwieriger. Aber es geht. Wie gehabt. Bombe mit R und abtauchen. Auf tanken. Zack. Okay. Bombe. Werfen. Ja. Bombe. Und zack. Mann, die explodiert so schnell. Äh. Ich komm nicht hinterher. Aber ich weiß auch nicht, was ich sonst labern soll in dem Let's Play Part. Außer, dass ich halt keine Gegner treffen kann, weil ich Nubik bin. Ey, können die auch mal verrecken? Jedes Mal treff' ich die und dann... Nein. Weißt du was? Dann mach ich's eben mal so. Und... Ah. Das gibt's doch nicht. Ich rast gleich aus, Leute. Der hat ja gar kein Schild, also kann ich ihn am schnellsten destroyen. Da will ich nicht runter. Obwohl, da kann ich dann gleich rüber. Oh man. Sag das doch. Hi. Surprise. Ja, das hättest du nicht gedacht, dass ich so etwas mache. Ich bin mit allen Wassern gewachsen. Tja. Tja. No risk, no fun. Uh, bin ich gut. Habt ihr das gerade gesehen? Voll risky. Risky, pisky like. Bam. Brauchst du einen Schlüssel? Ja, bin schon dabei. Nope. Ähm. Hier. Für dich. Oh ja, stimmt. Ich muss auch so ein bisschen drehen. Man, das ist total ungewohnt, würde ich sagen. Für den Container brauchst du einen Schlüssel. Gibt's den nicht hier irgendwo? Ah, was ist denn das? Ein Rüstungsteil. Sehr gut. Okay. Sagt mir ja gerade gar nichts, aber. Gut. Danke. Dann schnappen wir uns mal das. Machen wir alle Kisten kaputt. Gut. So, ein bisschen Tinte holen. Zack. Euch mal die Bombe ins Gesicht werfen. Und dann euch alle splatoon. Splatoon werde ich euch. Da ist der Schlüssel. Auf zum Container. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt, aber. Jo. Ah. Sprung-Plattform. Jo. Eigentlich interessant. Next Level. Oh, nope. Nope, nope, nope. So much nope. Okay. Langsam bin ich's gewohnt. Ah. Mein Gott. Mein Gott. That was unexpected. Mann. Bam. Like a bam. Wie ich das schön zugebämmt habe. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? That much bam? Nicht that much spam, sondern bam. Da ist wieder ein Schlüssel. Oh, nice. Ich weiß noch nicht, was diese Punkte bringen, aber. Wo kommen die jetzt her? What the? Hell. Was bist du für eine gewesen? Was war das für eine? Eine alte Strulle. Habt ihr das gesehen? Elektroels. Das versteckte Okto-Rekruten-Rekruten-Rekruten-Rekruten. Jo, Leute. Ähm. Erste Mission ging ein bisschen lange. Keine Ahnung warum. Ähm. Ich würde sagen, schaut einfach im nächsten Part vorbei. Ähm. Jo. Und im nächsten Part hoffe ich schaue euch vielleicht zwei oder drei Missionen. Ähm. Haut rein. Euer Pw-Style. Heeloo! Hehehehehe! How it rain! Hehehe.